Hallo, hier ist Marc Forster, Spitzenspiel jetzt. Ich singe ein Rezept auf Au Revoir. Gebratenes Huhn oder Hähnchen. Im Brattopf. Zwei Portionen. Ein Küchenfertiges, junges Huhn oder Hähnchen waschen. Abtrocknen, innen und außen. Mit Salz einreiben. Mit 60 bis 80 Gramm Speckscheiben umwickeln. 60 Gramm Margarine erhitzen. Das Huhn von allen Seiten gut darin anbraten. Nach Bedarf heißes Wasser hinzufügen. Das Huhn braten lassen. Ab und zu wenden. Verdampfte Flüssigkeit nach und nach ersetzen. Das gare Huhn auf einer vorgewerbten Platte anrichten. Warm stellen, den braten Satz mit drei. Esslöffeln saurer Sahne. Los kochen. Nach Bedarf mit, 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 mit. Wasser auffüllen. Mit, 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 mit. Wasser auffüllen. Mit, mit, mit. Wasser auffüllen. Mit, mit, mit. Wasser auffüllen. Zum Kochen bringen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Untertitelung. BR 2018